Guck einfach hier auf dein Rote Toot, ja? Du siehst doch nicht, was dein Rote Toot, oder? Gut, ich fokussier das hier mal für euch. Also, wenn ihr jetzt absolut nötig seid, ist der Rote Toot. Damit machen wir kein Alkohol-Test. Wenn ihr jetzt, könnt ihr selbst testen, ja? Es ist ja so, man schwarzt man ja, ne? Bei mir ist es auch so. Ich bin ja auch in einem Alter, wo Happy und Börschen getrennte Wege gehen. Ja, aber... Ja, sie lachen! Dahinten. Ja, sorry. Aber wer will doch Jugend sein? Wissen Sie, was das Schlimmste an der Jugend von heute ist? Dann ist ich wieder zugehörbar. Also, ich tue hier das Rote Toot. Sie können selbst testen. In die linke Hand rein, ja? Und wenn sie jetzt absolut keine Alkohol-Drucke hätten, ja? Ich benutze den Konjunktiv. Dann würden sie natürlich sehen, dass er nicht mehr hier ist, sondern bereits hier. Ja, wer ist? Haben Sie nicht gesehen? Ihr habt jetzt keine Milchstelle mehr hier. Junge, 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 Junge. Dann hätte ich nicht viel gehabt. Gut, pass auf. Ich mache das mal... Ich versuche... Ich nehme meine Messlatte ein bisschen runter, ja? Wir machen das mal in einer... 0,5 Promillierschwindigkeit, ja? Also, mit 0,5 Promillierschwindigkeit könnten Sie jetzt noch Auto fahren, wenn Sie keine Frau wären, ja? Das ist... Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, scheiße! Ich dachte, ich werde auf die Hand setzen, ja? Oh, ja. Dann tut mir leid. Ich mache es wieder gut. Ich mache es wieder gut. Wisst ihr was? Ich gebe Ihnen dafür einen kleinen Tipp, ja? Ich mache es jetzt in einer 0,5 Promillierschwindigkeit rein. So. Sie sehen es schon, ne? Einige werden schon ein bisschen, ne? So. Jetzt kommt der Tipp. Das ist der Tipp hier. Was meinen Sie jetzt... Was meinen Sie hier vorne? In welchem Hand ist er drin? Ich zeige es auch noch drauf, und die Frau sagt immer noch in der falschen, Junge. Ich weiß... Ist ja... Ist ja egal. Ich mache es noch mal. Da bin ich mal... Da fällst du noch hinter! Du machst ju die ganze Show kaputt! Freunde! Habt ihr gehört, der hat ja gestern bei dem Weightwasher angerufen. Hat aber keiner abgenommen. Nein! Wenn ihr stehen seht, denke ich hätte Tinnitus auf den Augen. Da sehe ich schon noch pfeifen. Jo, gut, also. Aufgepasst! Einige haben es verstanden, ne? Das ist raar so. Ich will es dir nicht erklären, es wäre auch real. Wir tun jetzt hier rein und jetzt die ganz einfache Frage, 50-50 sozusagen. Jetzt frage ich euch, was meint ihr denn? In welcher Art ist das eine gute Tunnel? Links oder rechts? Ne, links ist es nicht. Ne, auch nicht. Wo ist es? Unter gut, höre ich. Und richtig, unter gut ist es. Danke schön.